Moin ihr Lieben! Ja, ich habe mich zu einem Endurolauf am Wochenende angemeldet, am Sonntag. Und dadurch, dass ich ja beruflich Corona-bedingt ein bisschen außer Gefecht gesetzt bin, kann ich das ja mal machen. Und ja, ich habe gestern noch trainiert in einer Kiesgrube mit ganz viel Sand. Jetzt habe ich das Moped erstmal gewaschen und jetzt beginnen die Vorbereitungen. Ich muss die Reifen wechseln, Luftfilter, Bremsbeläge wechseln, alles auf Vordermann bringen. Ein paar Griffe noch austauschen, ein paar Plastikteile, Startnummern draufkleben und dann geht's los. Ich freue mich riesig drauf, hoffe ich kann das konditionell noch durchhalten und dann schauen wir mal. Ist das das? Ja. 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 Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.